Dummerweise ist das der, ja, wie soll ich sagen, der Begleiter, der gestorben ist. Also machen wir das Ganze nochmal. Diesmal ein wenig besonder, hoffe ich. Das ist ein wenig besonderes, das ist ein wenig besonderes, das ist ein wenig besonderes. Du hast nur eine Einser, aber ich war okay. Dann wird betäuben, falls es geht. Das geht nicht. Du hast keinen weiteren Schlag frei. Ich mache einfach mal die Mist. Was kann schief gehen? Kommt, ich weiß, was getan werden muss. Glaubt mir, wir sind bestens darauf vorbereitet, sie hier zu bekämpfen. Ja, diese Sperrwerfer waren ein guter Mannes Problem. Wir sind der Bote des Montu und wir bringen den Tod. Leicht! Du hast leider keine Zweierreichweite. Natürlich renne ich daran vorbei. Natürlich. Du hast auch keine Zweierreichweite. Jetzt kannst du zumindest keinen Diezschlag mehr machen. Du bist schon durch. Aber du kannst von hinten kommen und ihn töten. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du kannst dich auch nicht mehr bewegen. Okay. Au. Au. Auf geht's! Gut. Das sieht doch schon mal besser aus. Bewegen wir uns mal taktisch. Sperrt! Dreckiger Baba! Das war schön. Ähm... Du hattest eine größere Reichweite. Logistik Hattest du Sperransturm? Mal sehen, ob das von mir aus klappt Nein, natürlich nicht Du rennst aber auch mal nach da drüben Du kannst da drüber noch Komm, dann kann ich dir zumindest da noch einen runterhauen Dann bist du betäubt, das ist schon mal gar nicht schlecht Kann ich nämlich da drüber rennen Das ist kein halber Status Warum kann ich eigentlich heilen, wenn heilen nix bringt? So Da muss ich mich erstmal nicht reinmachen Überschreitet diese Grenze Und ich schicke euch in die Unterwelt Oder ihr kommt einzeln da hinten runter Das ist auch okay Hab Geduld Lasst sie zu uns kommen Wenn ich wüsste, was dieses Banner macht Feldzeichen des Mars Kann Pfeile abwehren Ah, okay Braucht zwei Fokus, okay Dann bewegst du dich, weil du hast den größten Schild Finde bewegt sich durch das Hexfeld Nein, Prallen So Du läufst da rüber Damit machen wir erstmal das Ding kaputt Und ich tue ihn da Und ich tue ihn da So Du stehst da Hier steht leider doof Kann ich aber grad nix ändern Hatte ich hier nicht irgendwo Ja, hatte ich Kommt doch ruhig näher, wenn ihr euch traut Ich decke diesen Bereich ab Genau Ob das da einer runterkommt, war mir schon klar Lasst euch nicht von ihnen herauslocken Du darfst gerne weiter sterben Ach, der hat doch schon wieder Dinge So Wird niedergeschlagen auf das Ziel Das ist immer gut Dank Wie soll ein Treffer Kannst hier nicht erreichen Du bist doch niedergeschlagen Ähm, ja Ich hätte dich davor bewegen müssen Schade So Mach mal dich einfach bereit Oh mein, du blutest vor dich hin Du blutest vor dich hin Das ist doch schon mal gar nicht schlecht Lasst euch nicht dazu verleiten, vorzurücken Wir halten unsere Hilfe, Krieger Wir kämpfen gemeinsam Du schnurst fast Schade nur fast Nein Ich muss den da verwenden Äh, babababam Ja, schon wieder So ein zuckendes Bein Ich kann deine Rüstung nicht zerfetzen Aber ich kann dich zumindest anhauen Da komme ich nicht dran vorbei Aber ich kann dich taktisch machen Dann kannst du da vorbei Dann kann ich die Erde runterhauen So Wir gehen diesmal von der anderen Seite hoch Dann haben wir zumindest, wenn da nur eine, äh, Truppe im Kopf Hinter Hinteren Bereich und so So Und die drei Stürme sowieso an Bogenschützen Schießt, wenn ihr könnt Der Rest bleibt unten Guck mal, ich kann dir doch schon eine mitgeben Ich hätte zuerst einen Speer-Haststurm machen müssen Nicht genüge bewegt Willst du mich verarschen? Dann mach Wasser zu Ist ja noch jemand Nein Genau Ich werde schießen, sobald ich den Feind sehe Ab Geduld Lasst sie zu uns kommen So, jetzt ist die Frage, ob du ihn Ja, du kannst Du hast ein Schild Wir müssen erstmal den da loswerden Dann kannst du nämlich Dahingehend Den Feind abwehren Und ich schicke euch in die Unterwelt Kannst du ihn nämlich abwehren Oh, du kannst ihn mir mal schießen So war es aber auch Jetzt kannst du es nicht mehr Okay, den kann ich nicht mehr nutzen Brauchst du einen Fug Nein Dann finitieren wir dich mal Kann ich mich jetzt taktisch bewegen? Ja Und dich klemmen wir jetzt einfach In den Schilden ein Oh, guck mal Du kannst ja auch noch was tun Ja, vielleicht brauchen wir das gar nicht machen Bogenschützen Schießt, wenn ihr könnt Der Rest bleibt unten Die Frage ist Wie viele Bogenschützen sind denn da noch? Keine, nur noch Sperrkämpfer Ich komme nicht dran Also kann ich mich auch genauso gut hinkauern Ja Jetzt kommt irgendwo noch eine gegnerische Verstärkung Ah, der will da runterhüpfen Auch sehr gut Ich hatte gehofft, dass sie von da aus kommen Dein Schild ist null und nicht ich Ah, du hast Ich brauche den Speer Aber du kannst gerade nicht so weit Du kannst auch Wo ist mein Zwei Zwei-Felder-Kämpfer? Da Den Schildschaden habe ich gerne genommen Du kannst da nicht mehr hin Aber du kannst da trotzdem noch mal hin Einfach nur mal ein bisschen draufhauen Ach, du hättest erschrecken können Ähm Wäre natürlich auch eine Option gewesen Prahlen Wir sollten uns zusammenschließen und aufbrechen Ah, die kommen ja auch schneller hoch Das ist gut zu wissen Das wusste ich nicht Ich dachte, wir müssten leider außen rum Autsch Das ist ja Wenn ich jemals auf die Beine komme Werdet ihr meinen Zorn spüren Ja, das kriegen wir schon hin Ähm Stopp Zumindest deine Moral ist weg Du hast noch Schild Das bitte ich aber nicht Du kannst zehn bis zwölf durchbohrenden Schaden Du machst auf jeden Fall zwölf Und Abedrahid Läuft ganz gut im Moment Ich habe heute erst einmal laden müssen Aufgrund dessen, dass man Einer meiner wichtigen Charaktere gestorben ist Beim ersten Mal Beim ersten Versuch, diese Mission zu machen So Keiner kann was gerade aktuell Ich brauche hier vorne einen Schildträger Aber der Schildträger liegt ja da gerade Das ist ja das Problem Du kannst dich nicht bewegen Du hast dich bewegt Du hast dich bewegt Und ansonsten Wie läuft es bei dir? Schön, dass du da bist Ich hoffe, du hast deinen angenehmen Abend Und dann freust dich drauf, dass Freitag ist Da ist ja noch mehr Platz zum Runterspringen Nein Mein Schild ist ein Bollwerk Und der hat die drei erreicht Also quasi so wenig Die wichtigsten sterben halt Ja, ich sag's mal so Nicht nur Nicht nur der wichtigste ist gestorben Alle anderen auch Ich sage Ja, ich sage Ich sage